Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück bei Project Hospital hier auf dem Spielebund-Kanal. Danke schon mal wieder fürs Einschalten. Ich habe jetzt mal vorgespult, dass wir die Nacht nicht jetzt mitnehmen müssen und sehen tatsächlich, dass hier jemand in der Überwachungsstation liegt. Und zwar der Gerhard Scheidt, der hat eine Mandibularfraktur, komplizierte Fraktur des Unterkiefers mit Verletzung umgebenden Gewebes. Okay, wir sehen tatsächlich auch, dass benötigt wird eine Frakturoperation am Kopf. Musste lange warten, ist gegangen, wartet auf das OP-Team. Ja, natürlich operieren wir nachts nicht, deswegen liegt er jetzt auf der Überwachungsstation, weil natürlich bis, ja, jetzt lassen wir jetzt mal den Arzt entscheiden, weil natürlich erst tagsüber unsere Operationsärzte da sind. und wenn wir den fertig behandelt haben, kriegen wir 3.780 Dollar, was ja schon mal eigentlich ganz nice ist. Und ich muss wieder den Timer anstellen, habe ich wieder vergessen. Genau, tatsächlich bin ich mal gespannt, wann der jetzt operiert werden kann. Ich spule mal ein bisschen vor, weil es interessiert mich jetzt. Oh, der geht auf jeden Fall, also auf Klo muss er sowieso. Ich weiß tatsächlich nicht, wo die Operatöre sind, aber ich glaube, das waren noch zwei, die einen langen Anfahrtsweg haben. Ich glaube, da kommen sie auch schon. Deswegen kommen die auch mal ein bisschen später. Okay, jetzt sind sie da. Oh, das ist aber jetzt immer anders hier. Eine Knie-Luxation. Äh, ist ein, aber, äh, okay. Also der, der wird jetzt auch rumgeschnippelt hier, hier sieht man es. Oder auch nicht. Jetzt geht's los. Hier sieht man nix, hier sieht man, oh, hier hat schon, hier ist schon Blut gespritzt. Okay, der wird jetzt hoffentlich geholfen. Ah, ist schon vorbei. Ja, ist auch wunderbar. Okay. So, jetzt waschen die sich natürlich nochmal die Hände, schön. So, die gehen jetzt alle weg. Dann kommt sie hier. Ah, mit der Liege. So, wo wird der jetzt hingefallen? Okay, wo wird das? Innere Medizin nicht einsatzbereit. Ach, kann nicht aufgenommen werden. Ja, wir haben keine Aufnahme in der Innere Medizin. Und da kommt er auf, die Normalstation. Oh, hier liegen schon überall welche. Auch Knie-Luxation. Na, hier ist was los. Okay, und was hat sie? Klavikula schafft Fraktur. Ja. Auch operiert, muss auch operiert werden. Okay. Das war's aber erstmal. Und hier drüben natürlich. Ja, hier, er wird jetzt mit dem Rollstuhl abgeholt sogar. Ja, ja, okay. Ja, so kann es auch laufen. So, da kommen sie wieder alle. Cool. Das funktioniert. Was ist hier los? Oh Gott, was ist das denn? Hochansteckend. Ja, schickt den ja ins andere Krankenhaus. Egal, was es ist. Ach nee, Moment, das ist ja, Code Blau ist das. Ja. Wegschicken. Wollen wir nicht haben? Ist verseucht. Das wollen wir nicht. Gut, also, das läuft schon mal hier. So, ich habe aber gesagt, in der letzten Folge. Wir müssen in dieser Folge nochmal schauen, dass wir eventuell unsere Radiologie erweitern. Deswegen, ich mache mal kurz Pause und schaue mal so ein bisschen, was die benötigen hat. CT ist hier nicht drauf. Hier auch noch nicht. Ja, okay. Wie sehen die denn so komisch hier? Okay. MRT ist hier sogar drin. Okay, so eine Graphie. Die sitzt auf dem Klo. Drüben ist es gar keiner. Aber wir können ja trotzdem schon mal überlegen, weil ich hätte das gerne, damit wir einfach drauf vorbereitet sind. Was ist hier? Einige Blutuntersuchungen sind hier. Okay. Gut. Also, Rönecken. Hier wartet auch gerade keiner, oder? Nö. Im Labor wird gewartet, aber hier nicht. Also, wir gehen mal in den Bearbeitungsmodus. Oh, ne, das ist Labor. Na, jetzt. Korridor. Also, der geht natürlich hier weiter, der Korridor. Ach, hier haben wir schon das CT eingedingst. Ja, da gucken wir, da bestücken wir das doch jetzt einfach mal. Ach, ne, wir haben, das ist der Angiografie-Raum. Den brauchen wir tatsächlich eher, wenn wir die Kardiologie haben. Deswegen würde ich das erst mal nach hinten setzen. Und wir machen hier einen CT-Raum draus. Reicht sogar auch. Und dann würde ich tatsächlich mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass wir dieses Bürogedöns hier hinten, das hier mit einbinden können. CT. So, gelb. Welche Farbe haben wir denn? Blau haben wir ja. Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Blüte in Cyan. So. Haben wir auch blau. So, Türkis. Finde ich aber auch cool. Also gut. Das ist natürlich nicht viel Platz, ne? Oder wir setzen das hier rein. Aber ich hätte es gerne so, dass die Reihen kommen durch die Tür und das so steht. Aber ich hätte es auch so gerne, dass dann die Röntgentante, dass sie dann quasi hier sitzt. Und dann so drauf gucken kann, was da passiert. Oder so rum. Hm. Wir können natürlich das hier erweitern, dann haben wir ein bisschen größeren Raum, ne? Das machen wir jetzt auch. Das machen wir doch jetzt auch einfach mal glatt. Doch, kenne ich doch nix. So, das kommt raus, das auch. Kopieren wir mal das hier. Und dann kopieren wir das hier. Und dann kopieren wir noch mal das hier. Und hier machen wir mal die großen Klubschgläser rein. Röntgen, ct, das erweitern wir jetzt mal. So, müssen wir natürlich auch den Boden erweitern. Das mit diesen Wänden regt mich manchmal ein bisschen auf hier. Vor allem, wenn man dann immer will, dass das dann so... Oh, hat der das nicht mitgemacht? Das gibt's auch gar nicht. Jetzt aber. Also nochmal. Röntgen. So, da könnten wir das ja tatsächlich so machen. Und schon wieder sind wir minus. Da muss ich wieder Geld aufnehmen. So, Tür, kommt natürlich hier dieses Röntgen, diese Röntgentür rein. Und zwar so. Dann brauchen wir die Wand. Ich könnte es natürlich auch so hinstellen. Ne, es bleibt schon mal so. Ich muss hier nur die Wände mal rausmachen. Das haben wir dann nur das Problem, dass die hier gerade die Sesam an der grünen Markierung, die benutzt es gerade. Das ist mal hier so woanders hin schieben schon mal. Und dahin. Der Schrank kommt auch dahin. Den können wir dahin machen. Und dann wir können es ja auch so lassen. Das kann ja ruhig, da kann ja ruhig so eine kleine Wand dabei sein. Einen Drucker brauchen die ja nicht. Dann machen wir nur so einen Einzeltisch rein. Erstmal. Bis wir ein bisschen mehr Platz haben. So. Dann eine Tür. Da hat sie auch so eine. Und dann setzen wir wieder diese Glas-Dinger hin. damit die auch alles sieht da von ihrer Kanzel da. Auch hier brauchen wir wieder hier diese diese Teile. Die können wir da hinsetzen. und einen Schrank. Ja, für Material und so, ne? Wahrscheinlich. Dann machen wir mal so einen Geräteschrank. Grau, ja. Und in hängend. So. Habe ich aber liebsten, ne? So, dann haben wir das da hinten in der Ecke. Das können wir eigentlich auch jetzt hier hinsetzen, ne? So hinsetzen. Und die Tür kommt weg. Na, die Tür kommt einfach hier hin. Weil hier von dem Ding hier sieht man der blaue Pfeil. Ich meine der blaue Pfeil bedeutet, dass von da quasi die Liege dann da rankommt und dann passt das. Dann kommen die hier rein und direkt ran auf die Britsche. Da muss ich natürlich auch noch machen. Und hier den Korridor erweitern. So. Ja, passt doch. Dann haben wir jetzt auch ein CT. Röntgen reicht, glaube ich, immer noch eins. Sollen wir denn noch irgendwas, was wir unbedingt bräuchten? Ja, Kardion, Ultraschall bräuchten wir wahrscheinlich auch in naher Zukunft. Das können wir uns ja schon mal überlegen. Hier haben wir noch einen zweiten Röntgenraum. können wir das ja schon mal hier so ein bisschen einzeichnen. Das können wir doch so machen und hier wieder so ein Zweiergang. So. Zweiergang, dann kommt man auch von der Seite dann hier rein. Dann ist das genau so halt nur Spiegel verkehrt in der Hoffnung, dass das auch so funktioniert. und dann können wir hier oben die Wand zumindest hier oben einreißen und dann haben wir hier so ein so ein Gemeinschaftsbüro. Das finde ich eigentlich, eigentlich finde ich das ganz cool. Ja, hier kann ich das Board nicht benutzen, ist mir aber egal. So. Und dann könnte man, hoppala, genau, dann haben die Dreier, die sind hier so zusammen und dann passt das. Dann stellen wir schon mal jemanden jetzt ein für das CT. Vielleicht jemand, der nicht so teuer ist, so wie immer halt, ne? Ja, die sind alle ungefähr identisch, außer sie hier, sie hat 31, aber ich finde die Svantje, die Svantje, das hat hier auch ihren langen Arbeitsweg. Egal, die stellen wir jetzt ein und da stellen wir auch jemanden für nachts ein. Denn ein CT muss auch nachts, wir haben jetzt eine funktionierende Notaufnahme, da brauchen wir auch nachts jemanden. Was hat der denn? Frühaufsteher. Früher, aber deutlich effizienter am Tag. Ach so, na dann können wir den nicht einstellen. wir nehmen einfach hier den Jens, den würde ich jetzt nehmen und wir können ja schon mal hier einzeichnen, wie wir es hier so weiter haben wollen, würden. Jetzt ist natürlich die Frage, also das reicht ja auch nicht, das heißt, wir gehen hier so im L nach oben, das heißt, wir können hier schon mal kein Röntgen weiter aufstellen. Aber wir könnten hier oben noch weitermachen. also angenommen MRT, nur in der Hoffnung, dass wir das Labor natürlich nicht erweitern müssen. Okay, wir geben mal dem Labor noch Platz bis hier. Bis hier so. Das heißt, ein MRT könnte hier hin, dann diese Diagnostik wenn wir hier so einen Gang wieder haben. Ich gehe davon aus, dass wir hier so einen Gang weitermachen. Ich mache das jetzt einfach mal. Korridor. So, dann haben wir hier die Diagnostik. Ist aber der Warteraum schon ganz schön weit weg. Aber ich hoffe, dass das klappt. Einmal so. Und so. Dann haben wir immer noch die Angiografie. Die können wir hier vorne hin platzieren. Ich mache es einfach mal so groß. Und das war es doch eigentlich, oder? Wie lang ist das? 6. Das ist auch 6. Das heißt, wir können hier jetzt nochmal doppelt hinmachen, sollten wir es brauchen. Einfach nur mal, damit wir wissen, wie viel Platz brauchen wir eigentlich noch. So. Auch hier gehen wir zwei nach oben. Und wir umschließen das Ganze wieder mit einem Flur. So, dann gehe ich wieder hier in die Notaufnahme, weil die ist schon voll. Da liegen drei Leute drin. So, erdene Fußprellung. Warum kommt der nicht in die Orthopädie? Das können wir doch hier einstellen. Abteilung wählen. Ja. Und Tschaka. So, sie. Ja, innere Station wahrscheinlich. Haben wir nicht. Da haben wir einen Bluttest noch gemacht. Und hier sieht es wahrscheinlich ähnlich aus. Stichwunde im Brustbereich. Gürtelroh. Oh Gott, das ist ja alles Wopps. Gut. Alles, was hier blinkt, läuft noch. Das heißt, er ist schon raus. Oh, ich bin auch raus hier. Äh. Er ist raus. Aber wo soll er denn jetzt hin? Ach, das ist er hier. Dann wird, wer ist denn er hier? Der Heiko. Der Heiko wird wahrscheinlich gleich abgeholt. Wir beobachten das jetzt mal. Und siehe da, unser erster Patient für das City. So, der Heiko. Der Heiko geht weg. Der Heiko. Geht er denn hin? Der setzt sich hin wieder. Aber den habe ich doch jetzt orthopädisch getauft. Oder war das gar nicht der? Leute, ich habe keine Ahnung. Gut, wir stoppen wieder hier das Ganze. Wir brauchen mehr Überwachung. Das heißt, so wie das hier übrigens auch angeordnet ist, gefällt es mir überhaupt nicht. Wir können da rein theoretisch auch das Gebäude hier erweitern. Dann ist das hier ein Block. Dann ist das da nicht so abgehackt. Haben wir denn noch Kohle? Ja, ein bisschen, ne? So, dann könnte man rein theoretisch das hier erweitern. So wie ich es jetzt auch gemacht habe. Und hier auch. Damit es mal hier so ein Ding ist. Und dann kann man rein theoretisch das hier hier komplett... Ich mache es jetzt nicht. Also so, damit ihr wisst, was ich meine. So erweitern. Und dann haben wir ja einen Riesenbereich für die Aufnahme. Ich glaube, das sollte tatsächlich echt ausreichen. 15.000. Ich mache das jetzt einfach, Leute. So. Dann nehme ich hier nochmal Geld. Ich schleue mir nochmal Geld. So, hier natürlich auch. Okay. Dann ziehen wir jetzt noch die Wände. Und dann ist, glaube ich, auch schon wieder bald später Feierabend hier. Wir sind halt immer nur am Bauen, ne? Ich kann es ja nicht ändern. Das ist ja, wie es ist, ne? Ach so. Hier habe ich den Weg hier eingezeichnet. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Oder kann ich das gar nicht hier machen? Doch, hier geht. Den Streifen nehme ich jetzt auch mit. Warum geht das nicht? Das geht nicht. Da ist Map Ende. Okay, gut. Dann müssen wir das hier oben nochmal ein bisschen neu einzeichnen. Das sollte aber jetzt nicht das Problem sein, ne? Gut. Dann kommt das natürlich weg. Welche Wände habe ich denn hier genommen? Ist das orange oder war das das hier? Ah, das war das hier. Was soll immer das hier für eine Farbe sein? Soll tatsächlich. Ich, äh, ja. Keine Ahnung. So, dann malen wir, wir pflastern, Gott, war ich jetzt erschrocken, dieser Wecker schon wieder. Dann ballern wir das hier rein. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir die, ähm, ja, was ist das denn eigentlich? Die stationäre Aufnahme der Notaufnahme oder was? Was war das jetzt? Was war das jetzt? Überwachungsraum. Okay, also wir werden den Überwachungsraum der Notaufnahme etwas modernisieren. Jetzt schon. Erst errichtet und schon müssen wir es modernisieren. Ja. Ähm, damit wir einfach in, ähm, in Zukunft ein bisschen besser aufgestellt sind. Denn wir müssen nicht nur die stationäre Intensivstationen bauen, sondern wir haben auch die Aufgabe, zwei Rettungswagen, Wägen zu kaufen, die übrigens auch nicht sehr günstig sind. Und die bringen uns regelmäßig, äh, wirklich Notpatienten rein und, äh, für die brauchen wir einfach Platz. Ja, so ist es einfach. Wir werden wahrscheinlich nicht nur auf der orthopädischen Aufnahme, äh, sitzen bleiben, sondern wir müssen zeitnah auch, weil wir auch ja die, die, ähm, die, ähm, die, ja, die, ja, die Aufnahme oder die, 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 die Arzt Notaufnahme, keine Ahnung, für eine innere Medizin haben, müssen wir die natürlich auch mit reinpacken. Ansonsten müssen wir die natürlich immer wegschicken. Das ist jetzt Orthopädie und ihr seht schon, unten drunter habe ich den Bereich jetzt dazu gebastelt. Da könnte man natürlich überlegen, ob man das doch wieder umbaut, ja, oder hier Intensivstationen hinpackt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit noch, ja. Ja, und die innere Medizin würde ich tatsächlich einen Stockwerk höher setzen und die Zimmer würde ich eins zu eins hier oben rein kopieren und, ähm, diesen Trakt dann so machen wir hier unten, ja. Das machen wir dann wieder im Schnelldurchlauf sozusagen. Da ist schon wieder jemand operiert worden. Ach, das ist der Gerhard! Ja, er ist hier oben gelandet und ist jetzt scheinbar schon operiert worden, ja. Der kommt jetzt in die Überwachungsstation. Ja. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen, ähm, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten würdet. Und dann sage ich, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, morgen Abend, wie auch immer, ne, ihr wisst Bescheid. Und dann bis zum nächsten Mal bei Project Hospital. Macht's gut, ciao!